Guten Tag. Bist du die Malerin? Oh, im Rollstuhl. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht. Ich habe von einigen anderen Leuten gehört, dass du eine der meisten hilfreichsten Menschen in Eastshade bist. Hast du Zeit, um eine alte Frau zu helfen? Excellent, excellent. Du und ich, junger Freund. Ich kann sagen, dass wir ein guter Paar machen. Kann ich für dich tun. Du hast eine Kiste vergessen in einer Höhle? Ich dachte, du kannst nicht so gut laufen. Ich glaube, ich weiß, wie man dort hinkommt. Ich frage mal das Erste. Es war schon Jahre lang, dass ich es hinterlassen habe. Eigentlich länger. Ich war immer noch eine junge Frau. Ich habe Zeit, die überall in Eastshade zu spielen. Diese Kiste war eine meiner Lieblingspossessionen. Die war von meiner Mutter. Warum hast du eigentlich schon früher daran gedacht? Nee, ähm, früher danach gesucht? Was ist für eine Kiste ist das? Ähm, ich frage mal, äh, warum sie das nicht früher gemacht hat. Ich muss schon Jahre lang suchen, diese Kiste zu haben. Ich weiß nicht, ob das Seat sie rausgebracht hat, oder ob jemand kam und sie erhielt. Ich glaube, ich wurde in meinen späteren Jahren ein bisschen mehr sentimental geworden. Ich will nur wieder sehen. Weil, weiß ich ja, ob ich die richtige Kiste habe. Es hat ein paar Dekoration, du weißt. Nicht zu viel. Es ist eine ziemlich einfache, wunderschöne Kiste. Ich denke. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Äh, du weißt nicht, wie sie aussieht. Äh, ich besorge sie dir so schnell ich kann. Ja, dass, äh, dass sie nicht mehr ganz genau weiß, wie sie aussieht, ist ja... ...nicht so schlimm. Also, ist ja schon ewig her. So, gibt's noch eine Tür hier? Gibt's noch eine Tür? Hier gibt's noch eine Tür? Ah, da ist die Künstlerin. Rot? Oder... Ja, nur ein bisschen Orang. Oh, hallo, da. Äh, ich muss die Tür wieder unlockt haben. Kann ich dir helfen? Das ist wahr. Äh, ich hab gehört, du bist auf der Suche. Es ist wahr. Aber ich habe nicht jemanden aufhören. Also, lass uns sehen, was du hast. Na, diese sind fantastisch. So viel Detail und... Welche akkulturen Erinnerungen. Du hast hier ein paar Fähigkeiten. Ich habe Jahre auf meine Fähigkeiten gespielt, um meine Arbeit mit den Menschen von Narva. Ja, da kommt schon auf. Das ergibt Sinn. Das ist schade. Sieht irgendwie plexig aus. Äh, das ist schade. Es ist. Ich möchte Menschen, dass es mehr zu der Welt ist, als was wir sehen, mit unseren Augen. Äh. Äh. Ihr Portfolio ist genau das kind, das meine Kunden lieben. Wie ist das? Ich werde meine Fähigkeiten verlassen. Sie haben mich uninspired in diesem Jahr. Ich werde euch noch neue Beispiele geben. Dann kann ich meine Zeit auf diese Spots und Blobs fokussieren. Spots und Blobs. Ja, klar machen wir. Okay. Ich erzähle den Kunstgeber die Situation. Unsere Kunden schreiben ihre Reaktionen in einem Lager zurück in der Galerie. Schau mal nach und schau mal, ob es keine Reaktionen gibt, die du möchtest, zu schildern. Cool. Jetzt haben wir ja schon einen Auftragsgeber. Nice. Ah, eine Katze. So. Äh. Abstraktikum. Ja. Äh. Abgesperrt. Okay. Und hier geht's wieder durch. Und abgesperrt. Und... Da war die... Ne. Wer war hier? Hier waren wir noch gar nicht drin. Wir können die ganzen Kerzen klauen, aber... Das... Das will ich eigentlich nicht. AP. Ich hatte letzte Nacht einen Traum. An die Details kann ich mich nicht erinnern. Warum schreibst du das dann auch? Äh. Aber als ich aufwachte, war alles anders. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber die Sonne schien plötzlich heller... Schien plötzlich heller zu scheinen. Das ist irgendwie komisch. Hey. Zipa. Hey. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Gut. Ähm. Warte. Ähm. Plötzlich heller zu scheinen, die Luft süßer zu sein, als wären die Rosen gewürzt. Hm. Ähm. Ich schaute wie zum allerersten Mal aus dem Fenster. Ich hab... Hab zuvor nie wahrgenommen, wie schön die Stadt von hier aussieht. Ich hab so viele Ideen, so viele Einfälle, über die ich schreiben will. Allein heute morgen schrieb ich elf Seiten im Teehaus. Und es waren gute Seiten. Ich hab sie gerade noch einmal Korrektur gelesen. Nun muss ich arbeiten gehen, aber ich kann es kaum erwarten, heute Abend zurückzukommen. Ja, schön. Ähm. Ich... Ja, ich komm gleich wieder, muss noch zu Ende lernen. Ne, lernen. Ja. Ja, war schön. Dann bis gleich. Gut. Dann mal die Treppe runter. Und... Ähm. Noch mal die Treppe runter. So. Dann... Ähm. Werde ich mal... Ähm. Ich muss noch die zwei blauen Tüten finden. Bevor es zu spät ist. Bevor irgendjemand sich übergehen muss. Blaue Tüte? Nö. Blaue... Uh. Da sind... Uh. Jetzt... Jetzt wird's wieder voll dunkel. Wieso wird's plötzlich so dunkel? Ähm. Ach, jetzt... Jetzt muss ich mit dem Jahr nochmal reden. Ah, du bist zurück! Habt ihr entschieden, dass du mehr Zeit auf der Erde auf der Erde möchtest? Ähm. Sarah will ein... ...will dein Elixier testen. Soll ich das sagen? Das Wasser ist aus den lebensbedingenden Springen der Ostseite. Ähm. Kaufen. Lebenselixier. Zehn... Äh. Zehn Schimmersteine. Habe ich jetzt? Ja. Ah, du bist zurück! Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Zwei Menschen. Seine Leben sind so leer. Und so sehr kurz. Ähm. Willst du es nicht einmal ausprobieren? Aber was ausprobieren? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Bis dann? Nee, ich mag den nicht. Ich rede jetzt nicht mehr. Ah. Interessiert in einem Buch? Äh. Wahn durch Stöbern. Die Fische... ...des... ...Fell... ...Storm... ...Stromflusses. Klassischer Tee. Nee, danke. Oh. Da ist ja noch jemand. Äh. Also es ist kalt. Dammit. Es ist Nacht. Hi. Ähm. Warte mal. Kann ich hier... Nee, hier... Hm. Man hat leider keine Ahnung. Eine Map von der... Von der Stadt hier. Warte mal. Habe ich... Ah. Lebensenergie. Hm. Giftknolle. Ähm. Ich habe... Glaube ich... Ah. Hier. Getränke. Er behauptet, es sei... ...völlig schwarz-dieselfrei. Ja. Das stimmt hier. Lindau. Äh. Schimmernde... Ja. Nee. Okay. Tja. Gibt es hier irgendeinen... ...soen Kleidermarkt... ...Ständer? Äh. Ständer? Äh. Stand? Ist es immer noch? Ja. Gibt es hier irgendeinen... Fremde? Äh. Ich gehe jetzt mal in die große Halle. Vielleicht schaffst du es zum Gästehaus zu rennen. Vielleicht auch nicht. Äh. Wo ist denn das Gästehaus? jetzt von hier nach links oder also ich würde raten nach da oder am eingang aus dem weg aus dem weg wieder ein bisschen ich glaube ich schaffte es nicht wieder raus weiter 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 schneller schneller du schaffst es schaffst es hatte kann ich hier ja ich sollte ein haus betreten na gut aber ich bin ja jetzt einfach eingeschlafen aber wo bin ich jetzt weil ich schlafe es war 6 Uhr das war es wir sind leider erfroren gerade als es besser lief na schade 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 morgen ach jetzt bin ich wieder hier ja jetzt bin ich wieder hier ok aber das das macht ja auch nichts ups na komm so da ist der weg dann würde ich sagen gehen wir mal ganz kurz hier zu dem zu der apotheke hilf ähm wär es einfach geradeaus hättest du es vermutlich geschafft nein bestimmt nicht ja könnte sein gut dann gehen wir zu den beiden apotheker typen und dann zeigen wir denen dass sie wirklich nichts verbrochen haben nein die diesmal nehme ich diesmal nicht oder sollen wir gleich zu der zu der tante gehen die denen 600 steine leihen soll das ist sowieso krass 600 von den steinen ist das viel so es klingt sehr sehr viel so guten tag so oh ok ich bin ich bin sorry ich bin einfach nicht wie mich selbst im Moment ich meine was für die Leute sind wir was haben wir geworden ich habe mit Annika gesprochen ach so ja ich bin glücklich zu hören sorry das ist nicht die Zeit war sie konnte uns etwas aber ich dachte da wäre was neues weil es blau war bitte sag mir du hast diese hydra testet Kaylin hat gesprochen über packen ihre bagge heck sie hat sie schon packt sie hat sie hat sie so erschrocken ich weiß wo sie denkt wir gehen mit keine Glowstunde zu unserem Namen ja für die große schade nächste time tell a man all's well don't just hand over a report you made my heart right jump out of my skin but thank you thank you I have to tell Kaylin the good news and the paper great gods the paper I need to let all of Eastshade know that I'm someone to be trusted thank you you welcome and yet no customers yet but with any hope that'll change soon okay then I'm I'm sorry just not feeling like myself at the moment I mean what kind of people are we what have we become oh thank the great shade Kai will be thrilled to hear it surely this will turn things around for the business wie viele bilder müssten wir verkaufen wir so viele steine ja wahrscheinlich 12 oder mehr wahrscheinlich mehr gut dann haben wir das jetzt auch gemacht dann gehen wir jetzt mal zu der großen stadt wieder zurück jetzt haben wir ja den ganzen tag vor uns das ist ja alles in ordnung so wohin gehe ich gerade ich gehe gerade nicht zur stadt jetzt würde ich sagen machen wir mal die quest mit den äh bäcker also mit den ja mit den trauben und den was waren was war das andere noch also er mochte keine trauben uh okay schock ich dachte dann das spiel wäre jetzt abgestürzt so nochmal gut gegangen so ähm hallo ja ich bin ich bin reingegangen aber nicht raus gegangen und jetzt bin ich wieder rein hm wie ist das nun möglich so ich ich suche mal jetzt gleich wie ähm wo das Gästehaus ist und dann so hier das da ne teapot gut willkommen zu Beginn die Tarnischteapot hm ich hätte gerne wie wird dieser Ort so genannt ja offensichtlich äh ich hätte gerne ein sind sicher wir haben ha 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 guter Verkäufer ich möchte hier keine Einzimmer haben sicher ähm äh bester Mann ja komm wenn ich mich really want first door on your left he 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 um wurzel na I used to live on the mainland years ago, working as a bricklayer, was terrible, hated every minute, then my grandma died, bless her soul, and left me a son, quit my job that day, and got the first ship here, for no reason in particular, just wanted to leave, bought this dumpy floor for dirt cheap, didn't really know what I was doing, now this city's a boom town, and I'm living off the reverse mortgage, just goes to show, act impulsively, and sometimes you get rich, that's what I've learned anyway, oh, and have some inheritance. That cat is my spirit, and something, you get rich, sometimes, not happy at all. It's kind of like a club, people go under the city to drink dream teas, relax, unwind. It used to be open for everyone, but it's pretty locked down now. Some folks have been trying to destroy or steal their tea plants, so they had to get real protective. There was a dream party out on the Salt Spring Coast a few nights ago. Who knows, maybe you can make the right connections, and get a chance to try some. Wird dieser Ort so genannt? Hmm, correct. Hat keinen Namen? That is the name. We once had another name. But everyone just called us that inn below the tarnished teapot. I don't really blame them. This place is a bit of a dump. The manager has really let it go. Me. Oh god. Why is he coming down? You're a real salesman. Me. Oh god. Warum schimpfst du so über dein eigenes Geschäft? Warum reparierst du das Gätengasthaus nicht? Äh, sounds hard. Ah, schön. Ah, schön. Gut. Ah, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sieht doch echt nicht schlecht aus. Ich mag die Farbe. Ah, schön. Oh, schön. Ah, schön. Dad. Oh. Oh, yeah. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020